Die Grimm-Welt ist eines der jüngsten und meiner Meinung nach schönsten Museen Deutschlands. Das Besondere an der Grimm-Welt ist, dass wir ein historisches Thema haben, Leben und Werk der Brüder Grimm, es aber mit neuesten Mitteln hier inszenieren. Dass wir kein Vitrinenmuseum sind im klassischen Sinne, sondern sie kriegen Wissen und Erlebnisse vermittelt viele interaktive Stationen und sie können auch Filme schauen bei uns. Die weltweite Bekanntheit der Brüder Grimm geht auf ihre Kasseler Zeit hier zurück. Sie haben hier 30 Jahre gelebt und gearbeitet und sie haben die wichtigsten und die erfolgreichsten Werke hier veröffentlicht. Wir haben die Handexemplare der Kinder und Hausmärchen hier in der Grimm-Welt. Ein Handexemplar ist bei den Brüdern Grimm ein überbreites Exemplar. Also sie haben reingeschrieben, was sie in Zukunft dann ändern würden an dieser Auflage. Neben der Bibel sind die Kinder- und Hausmärchen das meistgelesene Buch in der Welt. Ich sage immer, das sind unsere Kronjuwelen hier in der Grimm-Welt. Wir sind stolz darauf, dass das hier entstanden ist und jetzt von Kassel in die ganze Welt hinausgeht. Und das ist natürlich wow! Was ist derенноst gel Assistiert, das ist die Angus holiday quegnad bzw. Sie wissen, was sie jetzt als Ingegnats problema. Ich sage immer, dass die Mist November 2020ちょっと schon ungefähr alle del everything, Vielen Dank.